Jetzt sind wir also hier in La Verna am heiligen Berg der Franziskaner, wo der heilige Franziskus die Stigmata empfangen hat. Sehr magischer Art. Also da rauf zu gehen durch den Wald von der Seite ist gigantisch. Aber auch da rauf fahren mit dem Rad, Simoni hat sie heute schon geschrieben, ist auch sehr schön. Prostekirche und wir sind aber nicht nur hier, weil es ein wunderschöner franziskanischer Ort ist, sondern wir sind auch hier wegen dieser faszinierenden Aussicht. Es ist heute ein bisschen bewölkt, nicht so klar. Wir sind auf gut 1100 Höhenmetern, aber das ist schon stark, wie weit man hier schauen kann und wie viel Natur es hier hat. Also das ist schon herrlich.